Jo, wahrscheinlich Leute. Ja, heute ist es wieder soweit. Es gibt wieder ein neues Video. Nein, gibt es nicht. Das ist nur ein kurzes Infovideo. Also, diese... Hm? Ah, hallo. Okay, diese Woche gibt es leider kein richtiges Video. Doch nächste Woche fahren wir in den Heidepark. Also, wird es dazu wieder ein Video geben. Aber dieses Mal schreibe ich in den Titel nicht mit den Loris, sondern mit irgendeinem anderen YouTuber, der gerade inne ist. Ich brauche Klicks, Leute. Nein, also, diese Woche kommt vielleicht ein anderes Video. Ein richtiges Video. Aber sonst so dieses Infovideo. Und wenn nicht, dann nicht. Also, tschüss, Leute. Doch nicht. Da ist eine Katze! Kacke! Kwek! Kwek, Leute. Wir gehen jetzt mal zur Katze hin. Die Katze ist runtergesprungen. Leute, die Katze ist weg. Katze, ich mach mal das Fenster auf, okay? Die Tasche ist klassische Musik für dich in Ordnung. Nein, Mann. Musst du auch mal nehmen. Katze! Oh nein, es stricknet mein Handy. Das ist unten. Katze, Leute, die Katze ist weg. Das ist eine Pussykatze. Abonniert mich! So Hör, wo das mit teammates ist. Hast du dich, die Katze ist in Ordnung?